Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2018. Hallo und herzlich willkommen beim Wetter von Wetter.net. Ja, das neue Wetterjahr, das startet direkt mit einem Unwetter, denn ein Orkantief, das kommt morgen früh und morgen Vormittag nach Deutschland. Lassen wir mal den aktuellen Strömungsfilm laufen und dann sehen wir sehr gut, wie dieses Sturmtief sich hier über dem Atlantik entwickelt und dann morgen am Mittwoch über unsere Köpfe hinwegzieht. Aber nicht nur der Orkan ist ein Problem, auch der kräftige Regen, der sorgt für Hochwassergefahr und in den kommenden Tagen wird es zudem hier aus Südwesten nochmal deutlich milder. In den Hochlagen setzt Tauwetter ein und auch das führt zu einer Verschärfung der Hochwasserlage. Doch der Reihe nach. Schauen wir uns mal den Mittwoch an. Der bringt jede Menge Wolken und teilweise kräftigen Regen, aber das eigentliche Thema ist, wie gesagt, der heftige Sturm. Wir erwarten hier im Westen und im Süden teilweise orkanartige Böden, selbst im Flachland bis 110 kmh. Auf den Bergen können es 140 bis 150 kmh werden. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es meist stark bewölkt. Immer wieder fällt kräftiger Regen und das Hochwasserpotenzial ist vor allen Dingen Südwesten sehr hoch. Die Temperaturen dazu am Freitag und auch am Donnerstag schon mit bis zu 14 Grad frühlingshaft mild. Doch zurück zum Sturm, der hat es in sich. Am Mittwochmorgen sehen wir hier mal die orkanartigen Böen teilweise bis 110 kmh über Westdeutschland. Später rutscht das Ganze Richtung Baden-Württemberg und nach Bayern ab. Dann haben wir auch hier teilweise im Flachland bis zu 120 kmh. Ja und da kann man es sich schon ausrechnen auf den Straßen, auf den Schienenwegen, aber auch an den Flughäfen müssen wir morgen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Und auch der Regen spielt wie gesagt eine große Rolle. Hier mal die Regensummen bis Freitagabend Richtung Saarland bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Das heißt Hochwasser an Saar, Mosel und auch an Nahe und auch Richtung Schwarzwald, Tauwetter und bis zu 100 Liter Regen. Und auch auf der Schweizer Seite, wo der Rhein herkommt, bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Wir müssen also uns am Donnerstag und Freitag an Rhein, Mosel und in weiteren Zuflüssen auf Hochwasser einstellen. Das wird also ein sehr turbulenter Start ins neue Wetterjahr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.